willkommen zu erstens ich nehme dann vielleicht lieber mein pferd machen wir ganz unauffällig ein bisschen schneller ziemlich sandig schwarze wand nicht verfügbar heißt dass ich kann sagen wir was das ding hier bedeutet ach so nett der wirklich für die nach unten irgendwo hin okay das ist doch richtig erinnerungsabschluss ja mit erinnerungsabschluss ist das ganz gut eigentlich erklärt dass man da nicht hin kann so deine mutter ich darf mich nicht mehr entlang sein das finde ich ein bisschen nervig so ob eine flagge da ist auf jeden fall da ist eine fache aber eine flagge ich glaube da ist keine flagge ja das ist eine blaue punkte wahrscheinlich aber ein mensch auf weiße blaue punkte da ist ein blauer ach da ist eine flagge blaue punkte sind solche flagge da ist aber noch blau warte die die bemerkt mich sowieso gleich wieder demnach wackelt wahrscheinlich einfach weil ich hier seine ich ganz so wäre dann ja dummes kind so oder die wollen nicht dass ich wieder in türmen kletter das kann natürlich auch sein die sich daran stören stört euch nicht so daran dass ich die auf dinge kletterte lassen mache ich einfach weil es spaß macht ja komm ein bisschen geschlüsse schritte machen und dann ist man auch bereit so wenn ich das jetzt so ja perfekt ich bin auf der seite wo der balken ist bis zur seite und hab ob sagt aussieht da war ein ladestand 14 15 wenn wir jetzt 15 und 15 haben was passiert dann sieben von zwölf aussichten und künftig freundlich irgendwas und jetzt naja oder war das ist das pferd das hier dann abgestellt hat glaube ich hat auf mich an zu blinken welche richtung darf ich hier nicht einfach ich darf hier nicht einfach so vorbei oder leute die die stoppen mich selbst wenn ich ganz durch hier vorbei seine oder gehe warum ist das kerl auch gleich so hoffen nicht auffällig kein assassiner sieht so aus das ist jetzt der richtige weg wo bin ich da ja sollte passen das ist eigentlich irgendwo noch ein aussichtsding kein schimmer leute einfach auf zu blinken das ist ja was ist das denn hier der will ich jetzt noch klettern for all the fun of it ob der wolle rund so kommt man jetzt am besten genau hier so verdammt langweilig weg toll dann würde ja jeder job kommen jetzt laden jetzt gesehen Leute? Woher kam das denn? Ich seh den nicht mal Er richte mich im Fall Ne, er sieht mich wieder nicht mehr Oh mein Gott, was für ein Haufen Leute Hä, hab ich hier? Achso, da Ähm Was? Verdammte Scheiße Wo ist mein Pferd? Die sehen mich nicht? Pfosten Verdammt Wo hab ich mein Pferd hingestellt? Wo ist mein Pferd? Leute Hier ist Säcke Da ist ein Aussichtsding Ich bin bestimmt nicht hinter dir Ja, whatever So Aussichtsding Da oben auf dem Hügel Da muss ich hin Da ist noch immer Pferde Hm, ich glaube der Weg Ach, whatever Ach, Mann, 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 Mann Zack Dolle Hütte hier Ah, da ist ein Pferd Schön, dass ich aufs Pferd gesetzt So, dann seh ich jetzt zuerst hier lang Oh Falsche Taste Ich wollte rein So Seh ich mal Schwierig ist rein Nun auch wieder nicht Oder wie heißt es beim Pferd? Na, das ist äh Galoppieren, oder? Das ist Ja Da rein Machen wir mal nicht ganz so auffällig hier bei diesen Bei den Posten da Bei diesen Bei dieser Aussichtsplattform So, da hinten Dann dürfte irgendwo gleich die Stadt kommen In die wir Diesmal Äh Vorsichtiger rein gehen Langsamer Leute, Leute, Leute Ich leide hier ganz friedlich aus den Straßen entlang Die piepsen mich hier voll Vorhin war da noch ne Zahl Deswegen dachte ich, dass ich eher hier hin müsste Als da unten hinten Hm Whatever So Letztes Mal kam ich schön gemütlich rein Weil dann gerade ein paar Liebster Dinger rein gingen Ja, das ist noch Wo bin ich? Da ist, Alter, hier Und da ist hier So, seine Jo Hier, direkt Wir haben's geschafft Bitte Tut das nie wieder Wurz Ich dachte, ich wäre Ich dachte, ich würde jetzt schon die letzten Kleinstelle alleine sein Schaffte nicht Haken Oh mein Gott, wo bin ich? Mein schwarzes Loch Das uns alle verschlingen wird Und der Wer ist es Dich Mach nochmal so'n schönes Um das Pferde Langsam Anzuspornen So ist hier irgendwas Naja Jerusalem Schöne Stadt bestimmt Habe ich irgendein Ziel? 0 von 6 Nachforschung 2 Nachforschung Werden für die Eintatserinnerung Benötigt Erreichen sie Aussichtspunkt Um sie zu finden Aber das heißt Ich gehe jetzt Auf den Aussichtspunkt Okay Stand das in der anderen Stadt auch so? Wie viele Leute hier entlang laufen Sollten ja alle Mein Gott Ich habe nicht so viel Angst vor einem Pferd Ich renne ja nicht mal Ich Part End